Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FSX Flugvideo. Ich begrüße euch hier heute recht herzlich, wie ihr seht, am Dubai International Airport Gate Bravo 23. Wir fliegen heute hier in der PMBG Travel 7 von Emirates nach Tokio und Narita, nachdem sich das einige gewünscht haben. Wir haben mal wieder einen Flugwunsch, wie ihr seht. Ganz viel Emirates steht hier. Ja, wir fliegen da heute hin. Leider, Quality Wings 7, also ich möchte noch kurz zu Flugwünschen mich äußern. Und zwar, ist dieser Flugwunsch einer, der ein bisschen weiter untersteht. Das heißt, ich habe einige Flugwünsche übersprungen. Das hat mehrere Gründe, unter anderem fehlen dazu die entsprechenden Add-ons. Das ist der eine Grund. Das heißt, zum Beispiel ein langer Wunsch ist bereits von Tokio und Narita nach Düsseldorf, also umgekehrt von Düsseldorf nach Tokio und Narita, mit der 787. Die Quality Wings 787 kommt aber erst Anfang 2015 rein, deswegen müsst ihr leider noch so lange warten. Sobald es herauskommt, wird dieser Flug der erste sein, den ich mache. Versprochen. Und zum Beispiel ein Wunsch ist auch von Singapur nach Hongkong. Hongkong kam letzte Woche ein Add-on raus, den habe ich mir gleich gekauft. Sieht super geil aus. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich bald auch einen Flug dorthin machen, der auch gewünscht ist. Und ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Aber wahrscheinlich ein bisschen variiert, also nicht ganz so, wie er gewünscht ist. Und der andere Grund, der mir ein bisschen mehr weh tut, ist, dass ich teilweise auch Flugwünsche überspringe, weil ich sie nicht machen möchte. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber so ist das leider. Und zwar sind das teilweise sehr interessante Flugwünsche und es ist immer so, zu allen Flughäfen, die ich anfliege, kaufe ich mir Add-ons. Das liegt daran, weil ich, muss euch ehrlich sagen, das Standard-FSX-Signery ist einfach ein Krampf. Und kann es in die Tonne kloppen. Und dementsprechend kaufe ich jedes Mal Scenery. Diese Scenery liegen zwischen 10 und 30 Euro. Also die 30 sind dann schon die ganz krassen. Ich glaube, Flight-Tabber liegt so zwischen 20 und 30 Euro. Das summiert sich auf die Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich schon für FSX rausgehauen habe. Das mache ich gerne, weil ich mir sage, ich brauche sowieso immer wieder ein bisschen was Neues und fliege gerne irgendwelche neuen Städte an. Aber es ist so, wenn ihr euch Sachen wünscht, wo ich dann sehe, die fliege ich einmal im Flugwunsch an und danach nie wieder. Dann finde ich es ein bisschen verschwendet, wenn ich dafür 30 Euro raushaue oder 20 Euro. Gehen wir mal von 20 Euro raus. Und wo ich dann selber sage, nee, von dem Flughafen, der interessiert mich eigentlich weniger. Deswegen müsst ihr verstehen, wenn ich teilweise Flüge überspringe. Zum Beispiel ist ein Flugwunsch von Frankfurt nach Caracas. Mag ganz schön sein, aber Caracas will ich jetzt nicht so unbedingt hinfliegen. Und ich weiß auch, wenn ich da einmal mit dem Flugzeug hingeflogen bin, im Video, wird es eine Zeit lang dauern, bis ich da wieder hinfliege. Und ich habe da einfach keine Lust drauf. Dementsprechend überspringe ich ab und zu auch mal Flugwünsche aus diesem Grund. Diese Flugwünsche lösche ich nicht komplett. Vielleicht sage ich ja irgendwann Caracas. Ah, vielleicht kann ja mal interessant sein. Das heißt, die sind eben da in der Warteliste. Und irgendwann pflege ich den doch. Also nie die Hoffnung aufgeben. Aber wie gesagt, ich hoffe vor allem, ich gehe mal davon aus, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr da Verständnis habt, das ist am Ende mein Geld, weil ich investiere, das investiere ich gerne. Es ist ja auch für mich, habe ja auch meinen Spaß. Aber dementsprechend habe ich natürlich auch den größten Einfluss darauf, welches Flugvideo ich wann mache. Was ich mit dieser ganzen Reederei eigentlich bezwecken möchte, ist vorzubeugen, dass ich Kommentare erhalte, wo dann drinsteht, hey, ich war doch eigentlich davor krank dran, voll unfair und alles sowas. Wie gesagt, ich habe eine Liste, auf der steht das alles chronologisch geordnet drauf. Nur ich habe eben einen Einfluss darauf, auf diese Liste. Und dementsprechend schiebe ich ab und zu eben Flüge ein, wie die letzten zwei, wo ich sage, ich habe das entdeckt, habe jetzt Lust drauf und fliege da einfach hin. Und ich hoffe mal, ihr habt dafür Verständnis. Und ja, wenn wir das geklärt haben, würde ich sagen, habe ich genug geredet. Wir springen gleich mal rein in die Tribble 7. Da hinten sehen wir ein Flugzeug im Landeanflug auf die Runway. Wer weiß es, welche Runway es ist? Schreibt es in die Kommentare. Runway 3.0 ist es. 3.0 links oder rechts, das weiß ich natürlich nicht. So, wir sind im dunklen Cockpit. Ich habe Angst im Dunkeln, deswegen machen wir einfach mal die Maschine kurzerhand an. Battery. So, dann drücken wir kurzer Zeit hier mal Menu. Und connecten mal ganz schnell die Ground Power. Und zack, und zack, und es werde Licht. Zitiere ich hier schon die Bibel. Und es wacht Licht. So, dann können wir eigentlich gleich mal hier Background Lightning anmachen. Wir brauchen natürlich Nav und Logo Light. Ganz wichtig. Die Fuel Pumps machen wir an. Längerer Flug, deswegen machen wir jetzt auch mal die Center Pumps an. APU ist in der ADRU machen wir noch an. Emergency Lights armen wir. Links-klick und rechts-klick die Kappe schließen. Und ansonsten war es, das geht bei der Trail 7 immer sehr schnell, weil die doch sehr viel automatisiert hat. Maschine wacht jetzt langsam auf aus ihrer Dämmerung. Wie gesagt, noch eine Information. Ich starte immer mit Cold and Dark. Ihr seht, wir haben 1 Uhr und 8 Uhr nachts. Ich starte immer mit Cold and Dark. Meistens werden die Flugzeuge nicht im Cold and Dark abgestellt, sondern dann werden die zum Beispiel jetzt in dem Zustand, oder die Fuel Plumps noch auf. Aber so werden die dann eben abgestellt. Bildschirme aus, aber das System an sich wäre an. Also eher ungewöhnlich, weil normalerweise haben die nur 2-3 Stunden am Boden. Und deswegen wird dann nicht jedes Mal komplett aus und wieder komplett angemacht. Aber ich mache das jetzt einfach so. Einfach, weil ich das immer so mache. So. Ich würde sagen, FMC, Nav Data Out of Date, Enter Isle Position. Wir stehen hier in OMDB. Das ist Dubai. Und unsere GPS Position ist die da. Route ist von OMDB nach RJAA. Und das ist die Route 1. Das ist unsere Company Route. Und die hat er sogar. Meine Güte. Ich bin begeistert. Sehen tun wir sie, wie wir sehen, noch nicht. Ah, guck doch mal. Jetzt hat hier... Achtung, Ohrenzeiten. So. Da sehen wir die Route. Hier machen wir mal Departure Approach. OMDB. Die Departure. Äh, 0-3, äh, 3-0-Paarung ist aktiv. Das heißt, wir starten mit der 3-0 links. Und unser erster Punkt, den wir brauchen, ist Riket. Also schauen wir mal, ob wir dazu eine passende Departure finden. Riket, 4-Foxtrot. Das klingt doch gut. Sehen wir hier. Riket ist, genau, da ist Riket. Und unsere Route führt uns eben hier raus. Über das Meer steigen wir dann rechts rum. Dann geht's hier über die Wüste. Ziemlich straight ahead to the East. Alright. Würde ich sagen, Route, Activate und Execute. Perf in it ist ein super Stichwort, finde ich. Deswegen gehen wir gleich mal hier rein und machen Payload. Was brauchen wir für Zero Fuel Weight? 219,3. Zero Fuel Weight. Danke schön. Und dann Fuel. Was brauchen wir an Fuel? Weil momentan seht ihr hier in Gelb. A Ground Weight. Slash Max Tate of Weight. Das sind die Abitur zum GW, Ground Weight und Max Tate of Weight. Das heißt, das momentane Gewicht des Flugzeugs und das maximale Gewicht des Flugzeugs, das wir beim Start haben dürfen. Wie wir sehen, sind wir darüber. Das liegt daran, dass wir, dass es standardmäßig 99,9% Fuel eingestellt ist, was ein bisschen viel ist, so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen 73 Tonnen, deswegen laden wir mal, wie viel laden wir mal? 75 Tonnen, denke ich, ist ganz in Ordnung. Dann sehen wir schon, zack, sind wir wieder deutlich drunter. 18 Tonnen sind wir vom Zero-Fuel-Weight im Underload. Take-off-Weight sagt, hier 292, 294, das passt ja ideal. Ja, 2 Tonnen ist ja, weil ich noch Dings reingetan habe, extra Sprit. Also, Periphernet, Zero-Fuel-Weight, haben wir ja gerade eingegeben. 75.000 Kilogramm. Calculated. Reserve habe ich, warte mal, wie viel waren das? 2 Tonnen, genau. Cruise Altitude, gehen wir mal auf 3,40, wenn das geht. Geht das? Das geht sogar. Und Kostindex machen wir mal ein 98. Thrust Limit, insufficient fuel. Alles Klärchen. Dann würde ich sagen, dann erhöhen wir nochmal die Dosis ein bisschen. Warte mal, 74 haben wir jetzt. Gehen wir mal mit 82 rein. Normales Take-off, normales Climb-Verfahren. Warte 25 Grad. Ja, ist akzeptabel. Flaps 15. CG haben wir 25,7. Dementsprechend 154 V1. 162 VR. Und V2 bei 172 Knoten. Trim ist 5,5. Wo wir stehen wir momentan? Bei 4,0. Also. Geht erst, wenn die Triebwerke laufen. Das vergesse ich jedes Mal. Aber. Freunde. Wir sind fertig. Mit dem FNC programmieren. Drehen wir hier noch schnell 34.000 Wands. Ein. Ja, das geht nicht, weil wir Flight Director natürlich noch anmachen. So. Ich würde sagen, dadurch, dass wir fertig sind. Zwölf Minuten haben wir schon verratscht. Also. APU starten. Beacon an. und dem Boden sagen, dass wir hier gerne weg möchten. Request departure. Nose to the right place. Thank you very much. Jetzt mache ich hier noch ein schönes Thumbnail Screenshot. Alles klar. Die APU läuft jetzt schon langsam hoch. Das Cockpit-Board ist hier auf. Wir können derweil schon mal die Türen verschließen. Also die eine Tür, die noch offen ist. Ich habe übrigens mal GSX ausprobiert. Es geht wunderbar. Also wenn man solange man AES auf einem Flughafen nicht aktiviert hat, startet man einfach GSX. Wenn man AES-Inste aktiviert hat auf dem Flughafen und kann es halt sein, dass man von beiden abgefertigt wird. Aber dadurch, dass man GSX manuell startet, kann man das gut kontrollieren. Ich muss sagen, GSX gefällt mir besser, außer das mit den Jetways. Das mir gefällt mir bei AES-Bes. Also eine Kombination aus beiden. Wäre sensationell. Aber so bei GSX ist das nicht unterstützt. Das heißt, man muss immer manuell mit dem Steuerung-J-Befehl, den Flughafen-Jetway anparken. Und das sieht sehr bescheiden aus, weil der ist irgendwie jedes Mal krumm und schief. Keine Ahnung. Deswegen ist es eigentlich bei Vorfeldposition ist GSX sensationell. Bei Arm-Gate finde ich AES einfach durch die Jetways ein bisschen besser. Okay, er will jetzt schon meine Parking-Breaks loswerden. Das kann man rein theoretisch. Ich habe jetzt über GSX und AES geredet, deswegen habe ich jetzt hier verpennt. Parking-Break. Bist du? Nein, du bist nicht gesetzt. Dann sollten wir dich mal setzen. Alles klar. Dann schauen wir mal auch schnell. APU läuft. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Traffic, gerade mal 17 Frames und das in Dubai. Schlimm. Left is clear. Right is clear. Okay, the start engines. Alright, let's start left engine. So, machen wir hydraulics on. Sehen wir, wie N2 hochläuft. Wo ist bei 27 die GT? Also rein mit dem Sprit. Ich glaube, ich habe schon mal in einigen Videos erklärt, wie das mit dem Triebwerk funktioniert und wie das mit dem Startup funktioniert. Engine number one is stable. Starting Right engine. Engine one and engine two is ja bei der Trivia seven nicht nicht korrekt. Is ja mit left and right engine. Hier sehen wir den Busch Khalifa. Park und Brake ist set. Please prepare aircraft for taxi. Wir haben two good engines start. Auto Brake RTO. Elnaf Faunaf aktivieren. Seedber Signs. Machen wir auch noch mal an. Warten, bis die bis der hier zurückspringt. Können wir auch hier beobachten. Ah, können wir hier beobachten. Ich habe nicht vergessen, ab dem Sprit reinzuhauen. Ha, 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 ha. Sorry. Das war mehr oder weniger unklever. Finde ich jetzt. Hier sieht man auch ganz schön hier. Ah, verdammt. Ich habe irgendwie das Problem, dass meine Maus versetzt ist im Video, aber hier links von dem von dem Seitenleitwerk hier sehen wir jetzt hier die Öffnung vom hier die APU APU Einlassöffnung und wieso ist es gerade mein Logo Light ausgegangen? Da, denn kaputt. So, APU hat die Aufgabe erfüllt, also schalten wir sie auf. Alles klar. Ist auf RT. Oh, jetzt können wir nochmal das mit dem Trim machen. 5,5 brauchen wir. Den, den, den. Haben wir 5. 5,25. 5,5. Läuft. APU cool down, seatbelt is on, autobreak RTO, park'n'break ist set und doors are auto. Alles klar, Tickets ist off. Das ist richtig soweit. Also machen wir da die Taxi Light on. und dann würde ich sagen, machen wir noch hier Flirt Light off. Dann würde ich sagen, ich würde gerade sehr viel sagen, da sehen wir ihn winken. Wie ich gesagt habe, würde ich sagen, let's taxi to Runway 3,0, left. Ja, und ich glaube, ich muss echt nochmal das Optimum habe ich noch nicht gefunden. Ich muss noch mal ein bisschen Traffic runterschreiben, glaube ich, früher oder später. Also jetzt nach dem Video. 18 Frames ist jetzt nicht so der Weltuntergang aber auch nicht so berauschend. Das mit den gleichmäßigen Kurven fahren beim Taxi hin, das muss ich auch nochmal üben. Ich habe mir auch mal überlegt, einen Flug komplett aus dem Cockpit heraus zu machen, aber es wird einem irgendwann doch zu langweilig. Weil wenn man schon mal die Möglichkeit hat, auch das Flugzeug von außen zu sehen, dann sollte man die nutzen. A380 von Emirates kommt uns da entgegen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Wir gehen einfach auf den Taxi hin, wobei das könnte jetzt schon ein Problem werden, weil ich weiß nicht, ob der auch auf den Taxi-Way geht, auf den ich hier gerade gehen will. Ah, das ist übrigens der Trader 7 und keine A380. Verguckt. Okay, er geht nicht auf den, dann gehen wir auf den. Die haben hier Landinglights an, aber der Kabin ist bereit. Okay, Okay, die ist bereit. Okay, die ist bereit. Und wieder Kurven fahren, uhuhu. Okay, jetzt mache ich es mir noch ein bisschen schwieriger. Aus der Tower-Sicht, Kurven fahren. Ah, wir sind sehr weit rechts von der Leitlinie, aber ansonsten bin ich rumgekommen, ohne groß irgendwo dagegen zu stoßen. Oh, ich finde, das sieht hier einfach so geil aus. Wie füreinander geschaffen, wunderschön. So, fröhliches Taxi, weiter zur Runway. Jetzt sehen wir jetzt einen Start und eine Landung. Parallel. Parallel. Atlas Cargo. Hier sieht man auch wieder, wie versetzt die zwei Runways sind. Ich meine, die landet dort auf der Hälfte von der anderen Runway, also 3-0 rechts. Ja, also die 3-0 rechts und die 3-0 links. Es sind ja um die Hälfte verschoben. Versetzt angeordnet. Auch damit man die ein bisschen besser unabhängig voneinander... Also ganz unabhängig kann man die nicht voneinander benutzen, aber eben, wie man hier gesehen hat, auf der einen startet jemand, auf der anderen landet jemand, das ist dadurch, dass sie so versetzt sind, noch ein bisschen besser möglich. Außerdem ist die eine Runway ein bisschen kürzer. Oh, wie schnell Taxi sind wir hier gerade. Okay, ja. Ich finde es schlimm, von außen sieht man nicht, wie schnell man ist. Ne, 30... Knoten ist ein bisschen sehr flott da. Gebe ich der netten Dame recht. Ja, ein Computer ist aber... Runway 3, 0 left ist identifiziert. Kilo 17... Halten wir hier mal. Church Sector. Ah, das ist jetzt schwer zu sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass auf die 3-0 rechts anfliegt. Normalerweise hätte man ja... Ähm... ATC. Ich kann aber mal mein Ticket andrehen. Unter anderem. Dann können wir mal gucken, ähm... Ja. TA only, weil wir am Boden stehen. Dieses Flugzeug ist einfach zu clever. With a radar. So, ähm... Ja. Kriegt auf die andere ein. Also, lining up runway 3, 0 left. Checked. Checked. On runway 3, 0 left. Wow, wie ich sehr schön mit dir, ich drauf bin. So. Ähm... All is checked. Clear for take off runway 3, 0 left. Und da vorne cross, gerade jemand, 3, 0 links. Wenn ich das richtig sehe. Take off thrust set. 80 Nuts. Cross check. positive climb, gear up. Auch ein schöner Screenshot. Wirklich ein schöner Screenshot. Ein bisschen weniger steigen, sonst verlieren wir zu viel Geschwindigkeit. Okay, jetzt halten wir erstmal hier ein bisschen die Geschwindigkeit. Steigen weiter. Über den Hafen weg. Und dann beginnen wir mit der Rechtskurve hier. Und dann beginnen wir mit der Rechtskurve hier. Okay, da haben wir eine Restriction, 3000 Euro Above, das schaffen wir. Bei DB558 reduziere ich jetzt ein bisschen den Climb, wir sind hoch genug, erstmal. Ziehen jetzt die Flaps ein. Dadurch, dass man die Landeklappen ausgefahren hat, erhöht sich der Luftwiderstand. Man erhält mehr Auftrieb, dadurch, dass die Flügel stärker gekrümmt sind, aber man erhöht eben auch den Luftwiderstand und erzeugt Verwirbelungen. Deswegen sollte man die baldmöglichst einziehen. Außerdem kann man so ein bisschen Tempo gewinnen und jeder Flughafen, wo so viel los ist wie in Dubai, ist natürlich an einer raschten Abwicklung interessiert. Und deswegen wollen sie zu einem, dass die ankommenden Flugzeuge möglichst schnell reinkommen und dann kurz vor der Landebahn erst abbremsen. Und die abfliegen, dass die schnell beschleunigen und mit denen der Luftraum möglichst schnell wieder frei ist. Weil wenn wir da jetzt ewig brauchen, um von der Ausflugsschneise wegzukommen... Kann in der Zeit natürlich kein Flugzeug starten. Guck mal, die Dreck-Sorvenien-Himmel, das ist schlimm. Ich drücke schon die ganze Zeit runter und wir steigen immer noch wie sonst noch was. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen will. Wir gehen jetzt schon auf 250 Knoten. Und Rechtskurve. Ein bisschen manuell fliegen hier heute. Muss auch mal sein. Dann haben wir eine Restriction 4000 or above. Bei 4000a 4000 above. 4000b wäre 4000 below. Das heißt, in dem Fall haben wir eine Höhenrestriktion, dass wir über 4000 sein müssen. Und bei 4000b wäre es unter 4000. Guck dir das an. Nichts dagegen, dass wir steigen, aber doch nicht so schnell. Obwohl doch, ja. Können wir mehr steigen. Da sehen wir nochmal, right over wing, den Flughafen und Dubai. Und jetzt gehen wir wieder steil. Haha, gehen wir steil. So. Autopilot on. Mir reicht's an Flugspaß. Denn jetzt muss ich die Lichter ausmachen. Ja. So. Ja. Und, ähm. Gucken wir mal mir noch einen Moment. Meter. Kann ich mir das noch anzeigen lassen, alles? Wie wir sehen, auf dem Wetterradar, Wolken los. Und wenn wir rausschauen, sehen wir links ein paar Wolken. In der Entfernung ein paar Wolken unter uns ein paar Wolken. Aber, da wo wir hinwollen, auch Wolken los. Dadurch, dass wir nach oben fliegen, ist auch unser Wetterradar nach oben geneigt. Deswegen sieht er die Wolken hinten nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Mir hat's gefallen. 22 Minuten, ja. Why not? Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Anflug auf Tokio Narita wieder. Und, ähm, ja. Wir, in einem langen Nachtflug. Gen Osten steht nichts mehr im Weg. Ich kann auch kurz sagen, unsere Flugroute. Immer Richtung Osten. Ähm. Indischen Subkontinent. Indischen Subkontinent. China. Nördlich von Hongkong. Nein. Sogar bei Peking. Hongkong ist da unten. Äh. Etwas, äh, südlich von Peking vorbei. Immer Richtung Osten. Bis in Nordosten. Nach Tokio. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich schalte auf Standard Barometer um. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Anflug auf Tokio Narita wieder. Und bis dann, haut rein. Euer Benzler 740. Ciao.